Musik Musik Wir sind in Aachen, auf dem Riesenplatz. Schaut euch das mal an. Sieht cool aus, gell? Es ist richtig cool hier. Hallo, Ben. Du bist der Beste. Ich sehe nichts. Ich sehe mich. Tschüss. Tschüss. Ich sehe mich. Ich sehe mich. Ich sehe mich. Schrauben? Schrauben? Ich sehe mich. Schrauben? Schrauben? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt reiten wir nochmal durchs Wasser und zwar durch dieses Dorf Das sieht man jetzt? Ja, da reiten wir jetzt nochmal durch und dann fahren wir den Ben wieder zurück in seinen Stall und dann fahren wir nach Hause und dann fährst du zum Espresso Galoppierst du auch da durch? Probierst du es auch? Wir hatten jetzt hier gerade die Generalprobe Es ist so schön hier So ein riesengroßer schöner Platz und ich habe ja den Ben und der Ben war auch eigentlich ganz lieb Springen wollte der Ben leider nicht sonst wäre ich auch mitgesprungen jetzt müssen wir ein bisschen Dressur reiten aber das kriegen wir bestimmt auch ein bisschen hin So, Mutti! Ben, du warst super! Oh, ich habe ja schon mal es war so hier gesprungen So, ihr Lieben, wir sind jetzt fertig Der Ben ist sogar durchs Wasser galoppiert das hätte ich nie gedacht Er wollte zu keinem Sprung nehmen aber er ist vollstens wieder durchs Wasser galoppiert das hat so Spaß gemacht das war richtig cool da habe ich so gerne mit dem Espresso mal geritten aber das wäre leider nicht gegangen der hätte die ganze Gruppe aufgehetzt so wie die da im vollsten Galopp galoppieren und springen und das dann noch mal vor dem Publikum Uiuiui, das wäre witzig geworden mit dem Espresso jetzt reiten wir halt ein bisschen Dressur das ist dann auch okay So, ihr Lieben wir sind jetzt fast wieder zu Hause es hat so viel Spaß gemacht auf dem heiligen Rasen von Aachen zu reiten und ich bin auch total stolz dass der Ben das so lieb mitgemacht hat weil ich habe ja auch das erste Mal drauf gesessen und am Anfang da war es noch ein bisschen holprig aber wir haben uns dann glaube ich ganz gut eingefunden und es hat auch echt total viel Spaß gemacht und ich hätte auch nie gedacht dass er durch den Wassergraben galoppiert ja, hat er dann aber auch echt total lieb gemacht und ich bin auf jeden Fall total stolz auf den kleinen Ben also ich weiß ja gar nicht wie klein der ist ja, vielen Dank auch noch mal an dich liebe Julia dass du uns so lieb aufgenommen hast und dich so lieb um uns gekümmert hast war auf jeden Fall total schön bei dir und Heidi ist jetzt auch eine gute Freundin von uns geworden also ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon total auf die Eröffnungsfeier in Aachen so, also das war es jetzt dann auch schon wieder mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen und ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Video wie wir dort unterwegs und ja, dann bis zum nächsten Video Tschüss und die Molly auch Tschüss 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 Ja, hier ist der Ben der hat sich jetzt ein bisschen beruhigt der war ein bisschen aufgeregt vorhin da ist er ja und wir gehen jetzt mal zu den anderen Ich bin heute ganz in rot rotes T-Shirt, rote Jacke wo kommst du jetzt? Hoppi Galoppi Tschüss Hins kamp Tschüss sk